Wahrscheinlich, ich glaube, man hätte sogar hier und da mal das Gefühl gehabt, man wirft hin. Das heißt wirft hin, aber so im inneren Gefühl. Die Kraft geht mal verloren. Die Kraft geht verloren. Und wie gesagt, man ist dann halt nicht immer nur der Gorilla und hat die breite Brust und trommelt sich da drauf rum und dann folgen alle dem Silberrücken. Das ist manchmal nicht der Fall. Aber ich kann da auch zustehen, dass das so ist. Deswegen auch heute dieser Talk, um einfach mal zu sagen, euch mal zu erklären, das ist der Grund, warum er einfach nicht mehr da gewesen ist. Einfach mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und ganz offen ehrlich zu sagen, dass so eine Kanzleiübernahme einfach eine verdammt scheißschwierige Aufgabe ist. Besonders dann, wenn es eine analoge Kanzlei ist.